Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Thema, nämlich mit dem Thema Euro und wird der Euro weniger wert? Und welche Auswirkungen hat es, wenn der Euro weniger wert wird, auch für Handwerksbetriebe? Dieser Frage gehen wir heute in diesem Video nach und ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Ja Alex, der Euro wird immer weniger wert. Man hört es auch in den Medien und wenn man die Zahlen vergleicht, der Euro ist auch weniger wert als der Dollar. Die Frage ist jetzt, welche Auswirkungen hat das auf die Handwerksbetriebe oder hat das überhaupt Auswirkungen auf Handwerksbetriebe? Muss man sich irgendwie Gedanken machen, wenn jetzt einfach die Währung weniger wert wird? Ja, also ich denke, man kann jetzt mal diese ganzen Export-Import-Thematiken erstmal außen vor lassen, weil die kommen natürlich mit rein, wenn Währungen unterschiedlich wert sind. Was, denke ich, den Hauptaugenmerk und 80% der ganzen Themen, die Handwerke betreffen, einfach beschreibt, ist das Thema halt Inflation, ist das Thema Wertverlust bzw. Verteuerung der Güter. Und wir können das einfach mal beispielhaft aufmalen, was das eigentlich bedeutet. Also wenn ich sage, wir machen das vielleicht mal ein Beispiel. Ich habe jetzt ein einfaches Terrassendach hier. Oh, das ist noch ein bisschen groß. So, ich habe jetzt hier ein Terrassendach, was hier dasteht. So, hier nach hinten. So, hier. So, sagen wir jetzt einfach mal hier ein Terrassendach. Hier durch. So haben wir es dann in der Geometrie damals gelernt. Und das Terrassendach kostet beispielsweise jetzt 10.000 Euro. So, so war es vor, sagen wir jetzt, drei Jahren. So, jetzt ist es verteuert. Jetzt kostet es keine 10.000 mehr, sondern jetzt kostet es 15.000. Einfach mal 50%. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber das verdeutlicht das Beispiel ganz gut. Woher kommt das? Das kommt von unterschiedlichen Punkten. Das kommt natürlich zum einen von den Materialien. Also die Rohstoffpreise steigen natürlich. Inflation bedeutet ja, alles wird irgendwo teurer. Und das fängt bei den Rohstoffpreisen natürlich irgendwo an. Zum Zweiten, was dadurch natürlich dann passiert, ist folgendes. Logischerweise im ersten Schritt ist es jetzt nicht so, dass die Gehälter mit der Inflation sich mit anpassen. Das passiert ein bisschen später. Also die Rohstoffpreise ist quasi, sagen wir mal, sofort. Dann machen wir mal Rohstoff. Ist sofort. Die Gehälter ziehen aber vielleicht erst in, ich sage jetzt mal, einem Jahr nach. Also nicht sofort, sobald die Sachen, also es ist ja nicht mit jeder Herstellerverteuerung, wird ja sofort das Gehalt mit erhöht. Bedeutet zwangsläufig, dass in diesem Jahr jetzt, ganz speziell, was dazwischen liegt, einfach weniger Leute sich dieses Dach leisten können. Du meinst, das ist die Gehälter der Konsumenten dann, ne? Der Gehälter der Konsumenten, aber auch natürlich die Gehälter von den Leuten im Unternehmen. Das zieht ja auch dazu. Vielleicht kaufen die eine Küche und kein Terrasen machen, ne? Aber das sind ja alles, also alle Gehälter, sage ich jetzt mal generell. Ziehen halt später nach. Bedeutet, wir haben hier diesen Gap von 5.000 Euro. Und dadurch ist es zwangsläufig so, durch diesen Gap einfach, dass die Kaufkraft natürlich sinkt, aber auch generell, wie viele Leute einfach kaufen. Nachfrage, ne? Ja, Nachfrage würde man sagen. Nachfrage sinkt, ne? Logischerweise bedeutet jetzt auf der anderen Seite, und das ist jetzt so ein bisschen noch ein Teufelskreis, da muss man aufpassen, wenn die Nachfrage sinkt, was viele machen, was auch sinnvoll ist, natürlich dann wieder mehr in Werbung zu gehen, zu sagen, okay, wir werben wieder mehr nach außen, wir zeigen wieder mehr, dass diese Werbekosten muss man auch mit einrechnen, das heißt, hier wird es wieder ein bisschen teurer. Sind wir jetzt vielleicht sogar schon bei 15.500 Euro. Und auch hier geht wieder weiter die Nachfrage ein Stück nach unten. Ne? Ich mache zwar NF. So, das ist jetzt erstmal, ich sage mal so, in einem Zeitraum von einem Jahr, zwei Jahren ungefähr, merkt man halt, dass die Nachfrage dann schrittweise einfach nach unten geht. Aktuell die Situation, muss man auch klar sagen, ist definitiv so, dass die meisten immer noch zu viel Arbeit haben, weil einfach, gut, wenn das jetzt nicht wäre, dieses Thema, dann wäre es noch viel zu viel Arbeit, es ist einfach nur noch zu viel Arbeit, wobei man auch merkt, in bestimmten Bereichen, gerade wo auch noch gut geliefert werden kann, wo man jetzt nicht mega den Monteurmangel hat, geht es schon runter. Also gerade Möbelhäuser, die jetzt nicht den mega Aufwand haben, da irgendwas mega hinzustellen, sondern einfach nur die Sachen verkaufen und liefern, dann merken wir schon, da wird es schon weniger so langsam. Also da sinkt das normale Geschäft schon ab, da geht die Nachfrage wirklich messbar nach unten. Und was jetzt einfach passiert, logischerweise, Nachfrage geht nach unten. Generell, das Unternehmen verdient noch etwas weniger Geld und das kann jetzt ein Teufelskreis werden. Das heißt, hier muss man mega aufpassen, dass man weiterhin es irgendwo schafft, Kunden zu gewinnen, weiterhin an den Kunden rankommt. Was jetzt aber irgendwann passiert, ist, die Mitarbeiter merken, warte mal, es wird nicht nur hier teurer, es wird in allen Bereichen teurer. Und dann geht es irgendwann halt los, hey, wir brauchen eine Gehaltssicherung. Mindestens wird jetzt angepasst von, ich habe jetzt nicht die genauen Centzahlen, aber von 10 Euro auf 12 Euro und das klingt jetzt erst mal nur 2 Euro, aber das ist verdammt viel, das ist wirklich verdammt viel, das sind 20 Prozent, das muss man sich mal klar machen. Bedeutet, das würde sich dann hier auch wieder auswirken, mittelfristig. Bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass die Leute auch wieder mehr Geld verdienen. Das heißt, wenn jetzt sagen wir, die Gehälter nochmal um, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach um 20 Prozent steigen, haben wir hier nochmal, was sind Gehälter, ungefähr 30 Prozent, sagen wir mal, haben wir hier vielleicht nochmal, nochmal auf 16.000 geht es jetzt hoch, durch die steigenden Gehälter. Auf der anderen Seite haben die Leute auch wieder mehr Geld zum Investieren. Das heißt, letzten Endes ist es hier so, haben wir jetzt hier vielleicht nochmal minus 500, nochmal minus 500, ja, Differenz zum Vorherjährigen. Das ist, denke ich, klar, was das bedeutet. Auch hier wieder Nachfrage ein bisschen nach unten, aber, muss man auch sagen, dadurch, dass die Leute jetzt wieder auch mehr Geld in der Tasche haben, dass sie jetzt auch 20 Prozent mehr Geld haben, können die auch wieder mehr kaufen. Da können die sich eher die 16.000 leisten, als sie halt für weniger Geld bekommen haben. Klar, das sind ja keine 60 Prozent Gehaltserhöhungen. Muss man sich auch klar machen. Auch da wird die Nachfrage langfristig sich eher irgendwann angleichen, wenn die Rohstoffpreise auch wieder normal beziehen. Man kann nicht erwarten, dass Rohstoffpreise 50 Prozent teurer werden und sich hier dann noch das Gleiche leisten kann mit einer kleinen Gehaltserhöhung. Das ist auch klar. Aber auch hier wieder wird jetzt dadurch, dass das Gehalt angepasst wird, wenn Gehalt nach oben geht, können sich es mehr Leute wieder leisten. Auch hier wird die Nachfrage dann wieder etwas steigen. Ist faktisch einfach so. Bedeutet, was heißt das jetzt konkret? Das ist jetzt nochmal der Wirtschaftszyklus in Kurzform einfach erklärt, wie es ungefähr ablaufen wird. So unserer Schätzung nach, ich meine, keiner kann die Glaskugel gucken, aber ich schätze mal so ein Jahr, zwei Jahre ungefähr, wenn die Gehälter brauchen, bis sie angepasst sind. Und das sind genau Dinge, worauf du dich vorbereiten musst. Du musst dir jetzt schon klar machen, die Aufträge, die du vielleicht jetzt für nächstes Jahr schon schreibst, kann sein, dass nächstes Jahr du deinen Leuten mehr Gehalt zahlen musst zu dem Zeitpunkt. Das heißt, du solltest jetzt schon einkalkulieren, dass diese Gehaltssteigerung hier mitkommt. Das heißt, konkrete Maßnahmen, die du machen solltest. Ich meine, wir haben oft genug drüber gesprochen. Was sowieso klar ist, ist, dass du im ersten Schritt mal Rohstoffpreise mitgeben. Was heißt das? Das heißt, dass in dem Moment, wo du merkst, Rohstoffpreise gehen nach oben, Material wird teurer, oder du es eins zu eins dem Kunden mitgibst. Du kannst das nicht mitfinanzieren. Du kannst nicht dafür, also du kannst es schon, das ist nicht sinnvoll, du kannst oder solltest es nicht machen, dass du dafür auf deinen Gewinn verzichtest. Also, dass der Gewinn dafür runtergeht, ist ein absolutes No-Go. Das darf auf keinen Fall passieren. Weil mit Gewinn gibst du wieder Sicherheit. Da haben wir oft genug drüber gesprochen. Das ist, denke ich, klar. Zweitens, kalkuliere schon mal ein, dass deine Mitarbeiter faktisch gesehen teurer werden. Das heißt, ein Auftrag, den du jetzt schreibst für einen halben Jahr, wirst du wahrscheinlich nicht mit dem jetzigen Gehalt kalkulieren. Das solltest du zumindest nicht. Sondern du solltest mit dem Gehalt von, ich sag mal, plus 10, 15, 20 Prozent kalkulieren, weil die Gehälter angepasst werden müssen. Das heißt, du kannst generell mal, wahrscheinlich 5 bis 10 Prozent mal draufschlagen auf deine Aufträge. Also, plane, plane, Gehälter der Zukunft heute. Das ist ganz wichtig. Wenn du das nicht beachtest, dann hast du später, musst du auf Gehlen verzichten, obwohl du es nicht mehr möchtest. Weil du den Leuten einfach das Gehalt erhöhen musst. Du hast es damals anders eingeplant, funktioniert halt nicht. Dritte Sache, und das ist eine Sache, die dem so ein bisschen entgegenwirkt, es setzt sich mit dem Thema Strukturierung und Systematisierung von Dingen auseinander. Weil du wirst ganz viele Dinge im Unternehmen haben. Also, wir betreuen sehr viele Partner, was den Bereich angeht. Wir haben sehr, sehr viele Baustellen, wo man feststellt, und dann meine ich jetzt keine physischen Baustellen, sondern wirklich Unternehmenbaustellen, wo man feststellt, warte mal, hier warst du irgendwas ineffizient, hier wird irgendwie zu viel kommuniziert, hier basieren irgendwelche Sachen, die eigentlich nicht so sinnvoll sind. Und das wirkt natürlich wieder dafür, dass Mitarbeiter, ich sag mal, unproduktiv sind, und das Ziel ist, hier Mitarbeiter produktiver machen. Weil du damit hier wieder gegenwirken kannst, gegen diese Gehaltserhöhung. Das heißt, du zahlst denen zwar mehr, aber die können auch mehr leisten in der Zeit. Das heißt, du hast hier nicht mal was, was du verlierst, du machst sogar dann mehr Gewinn dadurch. Und damit kannst du das hier normalerweise dann auch ganz gut dem Kunden gegenüber rechtfertigen, weil du sagst dann, okay, ich brauche jetzt eben für die Zeit, ich plane zwar mehr Stundensatz ein, zum Beispiel, ich plane jetzt 100 Euro ein, statt 80, einfaches Beispiel. Ich brauche aber anstatt 10 Stunden auch nur 8 Stunden. Und schon ist der Kunde beim gleichen Ergebnis wieder. Und du wirst nicht unverhältnismäßig viel teurer, weil du hier einfach besser wirst. Plus, wenn du sogar die gleichen Preise durchsetzt wie die Konkurrenzen an diesem Zeitpunkt oder halt sogar höhere, dann kann man sogar noch mehr Geld hier verdienen auch. Also das sind so die Dinge, die du auf dem Schirm haben solltest, die das mitbringt auf jeden Fall. Wie gesagt, die ganzen Export-Import-Thematiken, die bei diesen Wechselkurs-Themen einfach mit dabei sind, die lassen wir jetzt mal außen vor, weil das wäre jetzt alles ein bisschen too much. Aber das ist klar, Rohstoffpreise mitgeben, Gehälter schon mal für die Zukunft einplanen, wie hoch die sein werden, nicht wie hoch sie jetzt sind. Und das kannst du übrigens am Mindestlohn ungefähr festmachen. Da kannst du ungefähr sagen, es wird im Verhältnis einfach 10, 20 Prozent, werden die Löhne einfach steigen. Das ist einfach so. Und Mitarbeiter produktiver machen, produktiver nutzen, weil das ist so eine Sache, egal wie sich das entwickelt, das wird dir immer helfen. Ja, ich denke, da waren einige Sachen dabei. Ja, bitte daran denken, das zu machen tatsächlich, weil vom reinen Zuhören bringt das nichts. Aber wenn diese Sachen, also gerade den zweiten Punkt, wenn du ganz viele nicht auf dem Schirm beachtest, dann solltest du jetzt auch gut durch die Zeit durchkommen und solltest da auch relativ stabil finanziell bleiben einfach. Ansonsten, wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben lassen. Wir werden dich auch über die weiteren Änderungen, die so stattfinden, in dem Bereich auf dem Laufenden halten, das ist klar. Und gerne ein Like geben, wenn das ganze Video gut für dich war. Und wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, gerne einen Kommentar schreibe. Ansonsten, dir eine gute Zeit und auf das du die Zeit gut überstehst. Ciao.